so wir müssen kleine brötchen backen kleine vielleicht ein bisschen größere wenn nett wir kommen da nicht hin wir müssen noch sparen ich will ja noch nicht so ein mickrig laden einstellen das geht nicht da müssen wir noch warten mit snacks wir müssen erst mal ein bisschen werden wir sind geld verdienen das ist ein bisschen kohle anschaffen laden ist gut gefüllt doch alle noch glücklich und fröhlich alles best chance select das mal gucken hier das macht der hier ist noch auf das hat er gemacht siehst du guckst erstmal die breakfast ja ja dann ist jeder nach hause ist ganz klar ist nur ein laden die laufen noch nicht lange rum mehr später wenn wir mehrere läden haben oder wenn wir auch die bowlingbahn haben oder das kino oder was der geier hier nach fast food die fast food geschichte wenn wir das denn hätten dann können wir auch sehen wo die auch überall hingehen und je länger die da bleiben desto mehr ziehen mit den leuten das geld aus der tasche und wenn wir das alles in der tasche haben wir das alles haben unsere ganze liste hier bin ich gespannt auf die auf die bus transport geschichte und da da bin ich echt gespannt darauf dann kriegen wir noch mehr kunden hier reingeschäft im schiff dann brauchen nicht so viel brauchen nicht so viele plätze da aber anders und wir haben wir haben mördermäßig platz alter im platz so nachts vorlaufen lassen der putzmann hat versagt ich glaube das krank ich muss mal gucken putze wissen wo sind wir jetzt hier warum kann ich nicht sehen hallo zack ist ja hier irgendwo zwischen naja haben wir gar nicht wo sind wir abgeblieben wo ist denn der janitor ach so hier hat es auch können die nach nachfolgen manage da haben wir den schon mal für den janitor hier lukas frost lukas frost ja kommen zwei stunden wann fängt er denn an um neun sah ne sache dann komm mal mein freund nein hier das laufen so doch putzmann kommt der kriegt das glaube ich auf die reihe da ist auch schon wieder unterwegs alter die sachen gehen gut weg hier was ist denn das hier toilettenpapier das geht weg wie waren wir da die brauchen das ne da freut sich der asch so wie weit sind wir hier noch 23 stunden war es klar die alkoholizenz aber auch wir können wir können die harten sachen verkaufen so was haben wir den feind ist wir müssen noch etwas bauen und zwar objekte was hat mir hier den feindes alkoholsachen wo sind die alkohol alkohol da bierwein und hast nicht gesehen die können wir mich hier zwischen pflanzen so nämlich machen wir zwei drei wird müssen knapp oder dachbach egal drei so food wollen wir denn hier wo haben wir denn den krams da likörchen 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 und was haben wir noch likör und das bierchen ganz wichtig das können wir nachher auch schön in die kühlgeschichte packen wie fast geht das hier rein war das nicht schon ne noch nicht das kommt später so alkoholizenz haben wir ja nur geht das richtig rund hier nur reißen sie uns den krams aus den fingern ich brauche mehr platz ich brauche mehr platz ich weiß ich weiß ich brauche mehr platz sollen wir doch noch den laden ausbauen ich wollte ja eigentlich nicht naja gut ihr habt mich überredet ich baue den laden noch ein bisschen weiter aus aber nur ein ganz bisschen so das hier bauen wir noch ein bisschen dazu zwei dazu so und das nehmen wir auch noch mit wenn es denn gehen würde natürlich geht das nicht mindestens 4x4 oder wie war das der spaß ja klar 4x4 ist Minimum 4x4 ist Minimum also das Teil hm ach Gott was soll der Geiz was soll der Geiz nehmen wir mit aber ich glaube unser Lager wird langsam so ein bisschen problematisch damit also die der Lieferwagen ist nur um hin und her Gurken hier wie wahnsinnig also Parkplätze sind nicht das Problem und ich ach das Auge das leuchtet wir machen ein Profit 520 heute nicht schlecht das das läuft nach oben das geht richtig schön nach oben so soll das sein genau so soll das sein so ich hoffe die Musik ist nicht so laut ich hoffe das ist so angenehm wenn dann müsst ihr mir das in den Chat reinschreiben wenn das zu laut sein sollte so macht es fertig wir können das Lager noch ein bisschen größer machen wenn wir schon dabei sind wir können hier ein bisschen Wände bauen und zwar jetzt ist natürlich das ein Weg nein können wir nicht wir können es nicht größer machen doch klar können wir es größer machen hm so da werden Wände gebaut machen wir hier ein bisschen davon langsam wir brauchen jetzt hier nicht so rumhetzen so pass mal auf wir können jetzt mal etwas abreißen so Objekt und zwar das hier jetzt kommt weg da steht ein bisschen doof da jetzt hätten wir das Regal natürlich jetzt das ist nicht symmetrisch das geht so nicht das gefällt mir nicht so jetzt müssen wir hier im Management Quatsch da müssen wir hin den Laden vergrößern so das ist der Laden zack und das das Lager ist das hier zack so da kommt wieder der Wagen angegurkt klar da ist er doch schon wieder ja ne verschieben geht nicht oder geht verschieben wie geht denn verschieben nein ich kann es nicht verschieben verschieben geht nicht geht verschieben das ist mal eine Sache die man raussuchen könnte nein ich kann nur remove könnte ich denn etwas verschieben nein ich könnte nichts verschieben nein ich kann nichts verschieben nein ich kann nichts verschieben nein nein hier soll auch nichts gelöscht werden so hm gut müssen wir vielleicht mit lieben gibt Schlimmeres echt gibt Schlimmeres gibt Schlimmeres so Objekte so Gefrier Tronengeschichten die wollen wir doch mal hier hinten basteln mhm 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 zack ihr seid gefangen Freunde genau so machen wir es ha nein das ist voll für den Eimer geht nicht das geht so nicht über Nacht neu aufbauen das können wir machen das recht so das geht so nicht das können wir nicht das geht so nicht das können wir nicht es geht nicht ah Pause nachdenken ich brauche eine Nachdenkpause Objekte remove das kommt raus zack so geht nicht müssen wir anders regeln nun weiß ich aber nicht wie das ist mit dem äh ob wir jetzt und zwar da kommt noch eine Tür mehr rein das kriegen wir hin kein Problem ich weiß nur nicht wie die das jetzt gefixt haben mit ähm den äh Regalen und ganzen Krams wir konnten das ja hier oben schön an der Wand hinbauen das war nicht das Problem wir mussten aber hier unten aufpassen dass wir da nicht hinkommen nun weiß ich nicht ob das gefixt worden ist wir können das einfach mal ausprobieren das klappt ich weiß es nicht aber vielleicht können wir das ja mal testen wir werden das mal hier verlängern zack zack so und eventuell ich will ja gerne so bauen ich finde das ja so groß ich finde das so cool ich finde das ja absolut Hammer ich finde das echt cool so was ist das nächste eine was freigeschaltet wird müssen wir mal gucken hier Alkohol haben wir klar kalten Sachen ist klar ach die die gefrosteten Sachen das dauert aber noch ein bisschen da müssen wir die 24 Stunden Schicht hier abwarten so was haben wir hier noch Toilettenpapier das geht ja auch wirklich wie warm mit Semmel da müssen wir auch noch ein bisschen nachhelfen auf jeden Fall kommen hier oben die Lebensmittel Sachen die müssen echt hier oben die haben hier oben echt Platz so zack zack so und da müssen wir echt nochmal sehen dass wir da noch eventuell wir brauchen noch einen Kassierer wo ist denn jetzt hier der Kassierer da kommt noch ein mehr hin wupp na das müsste reichen zur Not bauen wir doch mehr so eine Tür da sagst du eine Tür wollen wir da haben genau pass mal auf Bild eine Tür so da und hier oben noch eine Tür rein weil es weg kürzer genau so ach ja genau genau wir stehen hier und überlegen und schnacken und du musst den Kram auch mal voll machen hier Milch nochmal hier rein ne und dann haben wir hier noch ein bisschen Joghurt dann können wir das hier auch nochmal auffüllen das Fleisch hätten wir natürlich alles schön nebeneinander haben müssen aber naja die sollen noch was zu tun haben ne sowas haben wir hier noch Essen ach ja genau hier Candys so müssen wir mal sehen was am meisten weg geht da müssen wir natürlich am meisten von haben ähm diese Geschichten auf jeden Fall Brot na gut Hundefutter hier oben rein so machen wir zwei Regale damit sind doch eine ganze Menge nicht neben dem Kaffee und dem Tee natürlich von dem Futter immer daneben und was haben wir noch was geht noch ähm was geht noch schön ach hier die Sache so was haben wir jetzt gemacht 30 verschiedene Typen Produkte ja so sind wir so so langsam fühlt sich das auch kundentechnisch aber da freut sich noch keiner alle noch so ein bisschen maulig warum warum noch ein bisschen maulig verstehe ich jetzt nicht aber unser Umsatz geht extrem nach oben also extrem also es geht nach oben 600 sind wir schon fast gewesen wir waren gerade 600 habt ihr gesehen Parkplatz mäßig ja okay das lässt sich noch sehen und für den guten Willen baue ich hier ich mache das einfach so ich mache hier nochmal eine Straße so ja ist das ein Parkingsplatz ja komm du musst eine Straße bauen so da eine Straße so wir wollen eine Straße haben stimmt ich muss Leute an die Kasse haben aber jedes Mal wenn ich jedes Mal wenn ich eine Kassiere einstelle kostet mir ja kostet mir ja Kohle dann haben wir nicht so viel Gewinn und noch ist die Schlange nicht so lang also noch brechen die sich da noch keinen ab so nach dem Motto die Batterieladezeit von meinem Handy das lässt nachher ich will nach Hause sondern ähm oh hier das ist natürlich doof da sind sie auch im Quacken das war vorher auch nicht dass da kein Anschluss ist aber das kommt noch das kommt noch wo war ich jetzt mich stehen geblieben ja genau die Kassierer kosten ja Geld jedes Mal und deswegen warte ich wenn das hier los geht dass sie hier sich die Beine im Bauch stehen denn kriegen sie auf jeden Fall den Laden nach links spiegeln und das Lager als zentralen Punkt ja das können wir gerne machen das können wir gerne machen aber wie gesagt das ist ja ist ja alles ein Klasse 1 Laden das ist ja alles ein Klasse 1 Laden das ist ja alles ein Klasse 1 Qualität 2 haben wir ja schon das ist schon mal nicht schlecht das geht aber auch noch das geht auch noch wieder nach unten Qualität 2 haben wir ja schon echt nicht schlecht Qualität 1 weil wir nur eine Sache von haben und nachher wenn wir die speziellen Läden haben die wirklich nur die Klamotten Läden und so Krams denn nur Klamotten haben da haben wir auch Qualität 3 die besten Sachen da verdienen wir natürlich am meisten mit das wollen wir natürlich auch wir wollen natürlich Schotter machen so was haben wir hier 10.000 verdient und 24 Stunden wir haben 24 Stunden wir dürfen den Laden 24 Stunden öffnen da werden wir uns einmal heransetzen dass wir das mal auf die Reihe kriegen so 24 Stunden umbauen das werden wir gleich machen wenn wir den Tag rum haben bauen wir den Tag also den das ganze Geschichte um auf 24 Stunden dann hat der Laden die ganze Zeit auf rund um die Uhr aber noch läuft das ja alles das läuft habe ich das zu früh habe ich das so schnell gesagt zu früh vielleicht ich glaube das habe ich zu früh gesagt ich nehme das alles zurück ich nehme alles zurück ich nehme alles zurück ich sehe zu dass da jemand wir brauchen noch ein paar Leute mehr wie soll unser Laden überhaupt hier heißen mehr Putzkräfte ja gut einer reicht nicht wir brauchen also mindestens eine Person muss da rund um die Uhr am schaffen sein sonst hat das keinen Sinn so was mal auf was haben wir denn vier Leute wir brauchen noch mehr Kaschierer da hier die nehmen wir doch mal mit rein die nehmen wir doch mal rein ins Boot ne und noch eine mehr Kassierer eine mehr wenn haben wir denn hier noch da Alberto oder Albert Albert Soto 59 boah macht ja nichts keiner jetzt für so ich habe auf jeden Fall wieder Leute eingestellt das müsste jetzt hier langsam mal laufen 1 2 3 4 wo sind die Leute denn das doofe ist ja die kommen erst einen Tag später ich glaube ich habe mehr Überblick als ich ich habe das Gefühl ihr habt mehr Überblick als ich soll ich mache es ein bisschen langsamer hier wir wollen nämlich noch ein bisschen was bauen wir wollen nämlich hier ähm für unsere Leute brauchen wir eigene Parkplätze so und zwar hier so das war von euch auch ein Wunsch und das kriegt ihr jetzt auch Bus alter Bus haltestelle das wäre noch da wenn das soweit ist so so und die putze genau das war auch ein anderes Thema Putzkraft da janitor wir brauchen noch jemand mehr ähm wen hätten wir denn hier das ist ja nicht egal wie wir daneben die sind doch alle sowas von unbeholfen janitor wo sind sie jetzt hier da sie fängt um 9 Uhr an bis 18 Uhr du fängst um 6 Uhr an so und du wir machen mal glatten Übergang von 6 bis 24 Uhr da haben wir schon mal zwei die da wühlen ja ich will das gerne haben aber wenn ich den Bus hätte denn äh dann ist das Problem dass wir noch mehr Kunden hier reingeprügelt kriegen andersrum ich will es gerne haben aber andersrum möchte ich den anderen Kram auch gerne haben das dauert ja alles mal so furchtbar lange pass mal auf wir warten diese gefrostene Sache noch ab wie lange dauert das noch 33 Stunden wie lange das ist 96 Stunden alter das ist ja ganz lange ist bei einem anderen ja auch tut sich ja eigentlich nix ja wir warten die 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 gefrostenen Pizzen noch ab die müssen wir noch haben die wollen wir gerne mitnehmen 33 Stunden noch die warten wir noch ab und dann geht das los dann besorgen wir uns den Bus ich will den Bus sehen ich möchte oder ich möchte unbedingt den Bus sehen unbedingt und was mir aufgefallen ist wir haben noch gar keine wir haben noch gar keine Müllplatz uns fehlt ein Müllplatz wo bauen wir den denn hin hier unten würde ich mal sagen hier können wir es ja nicht ne oh da passt er da kommt der Müllplatz hin so habt ihr jetzt davon wir hätten noch verlängern können doof können wir das wegnehmen ja so verlängern wir die Straße noch ein bisschen und dann kommt da oben nämlich unser Abfallgeschichte die muss dann irgendwo hin ich meine noch ist nicht das große Problem mit dem Abfall das kommt später dann fangen sie mich an und wollen dass sie mich auch haben kann ich hier einen Müllplatz hinbauen hier hinter das gibt doch bestimmt Gemäcker oder nicht okay so jetzt hier zwei stöcke zack was rum was halt Mist Mist machen wir es nur so und so verkehrt angeklickt mein Gott gibt Schlimmeres gibt Schlimmeres oh Gott nein 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 das kann doch nicht wahr sein so was haben wir jetzt hier 1,2,3,4 1,2,3,4,5 Leute so soll es sein jetzt muss das mit den Kassen dabei sein